Sein Motto, Party bis zur Eskalation. Sein Markenzeichen, ein weißer Bademantel. Der König von Lorette de Mar. Wir bewegen uns halt so, wie wir gerade Bock drauf haben. Und das ist die neue Generation. Wir eskalieren. Dieser Mann verführt. Zehntausende Deutsche zu genau dem Gegenteil von Moral. Bei mir wird nicht gefeiert, bei mir wird eskaliert. Das sagt ein Mann, der von Freund und Feind ehrfürchtig der König von Lorette de Mar genannt wird. Das Original, Don Francis. Don Francis, der König von Lorette Mar, live on stage. Der Mann mit der blonden Löwenmähne und der Wodka getränkten Stimme. The King of Eskalation, der Kornik von Lorette Mar, Riesmutter von Lorette Mar. Wir machen Party, Party, Party bis zur Eskalation. Wir machen Party, Party, Party. Wir feiern nicht nur, sondern eskalieren. Die neue Art von Party, willst du's auch mal probieren? Wir machen Party bis zur Eskalation. Das habt ihr schon gehört, heute ist Diskotherapie. Alle sind Patienten, Psychiatrie. Hätt mich hier schon viel eher behandeln lassen sollen. Doch ich hatte noch Bedenken, denn man muss es auch wollen. Diese Art von Party, die vergisst du nie. Die Tyskokugel dreht sich die Runde hier, versteht mich. Lorette Mar, Lorette Mar. Hände wehen und der Fuß, der uns stampfen. Aus dem Koma gerade war, 30 Grad die Sonne lag. Badehose und Nivea, Baller, Berne, ganz und schwer. Hier ist heut noch lang nicht Schluss, voller Körpereinsatz. Am Strandtag gibt es Fleischalat, heute ist ein guter Tag. Nanana, eskalieren! Nanana, lasst Gefühle explodieren! Nanana, eskalieren! Nanana, es heißt nur was aktivieren! Nanana, es ist kalieren! Nanana, lasst Gefühle explodieren! Nanana, es ist kalieren! Nanana, es heißt nur was aktivieren! Das ist der Remix von Markus Becker und Don Francis! Abitur! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Jetzt sind wir endlich frei! Abitur! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017